Ja, dieses Mal wende ich mich an euch mit einem leider etwas unangenehmen Thema. Wir hatten gerade in den letzten Tagen eine sogenannte DDOS-Attacke. Und das hat dazu geführt, dass ihr unseren Server nicht erreichen konntet und auch bei uns zum Teil das Heft nicht kaufen konntet. Das lag daran, dass irgendwie aus der ganzen Welt 1000 Server auf videoaktiv.de feuern, so lange bis der Server in die Knie geht. Das ist das Ziel, warum, keine Ahnung, und warum sowas jemand macht. Und was das Ziel davon ist, auch keine Ahnung. Uns hat es massiv geschadet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt einfach wieder bei uns vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr die aktuelle Ausgabe kauft, die ab sofort in unserem Shop bereit liegt. Die Server laufen auch wieder. Also jetzt ran, videoaktiv kaufen, ist ganz attraktive Ausgabe mit lauter tollen Kameras von der FX6 OS C70 und nicht zuletzt die HC 550 von JVC. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, auch natürlich aus dem Einsteiger-Segment. Wie auch immer, wir testen natürlich auch weiter für die nächste Ausgabe. Im Moment sind wir zum Beispiel schon dabei, hier die Pocket Cinema in der Version 2 von DJI zu testen. Wir testen Gimbals und wir haben wieder Kameras von Nikon und Canon dabei. Und ich freue mich, wenn ihr uns jetzt hier abonniert und wie gesagt bei videoaktiv vorbeischaut. Oder ihr geht zum Kiosk, da findet ihr die nämlich auch.